Liebe Besucher der Homepage, Ich begrüße alle zum virtuellen Rundgang durch unsere Einrichtung. Die Oberschule befindet sich am Rande der Kernstadt Falkenberg-Elster. Hier lernen derzeit 266 Schüler in den Klassenstufen 7 bis 10 und werden von 21 Lehrkräften unterrichtet. Unser Bildungsziel besteht darin, dass wie in allen weiterführenden Schulen der Sekundarstufe 1 alle Schüler die erweiterte Berufsbildungsreife, die Fachoberschulreife bzw. die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erreichen. Dabei benutzen wir zur individuellen Förderung das integrative Kurssystem und den offenen Ganztag. Hier wird die Erlebniswelt der Schüler in Arbeitsgemeinschaften wie Rettungsschwimmer, Erste Höfe, Theater oder Eventmanagement zusätzlich mit eingebunden und gezielt gefordert. Ein weiteres Hauptanliegen der Oberschule besteht in der Berufsvorbereitung und Berufsorientierung. Wir haben ein System entwickelt, das den Weg von der allgemeinen Orientierung bis hin zur Unterzeichnung eines konkreten gezielten Ausbildungsvertrages verfolgt. Dabei werden wir intensiv von regionalen Unternehmen der einzelnen Berufsfelder unterstützt. Eine Besonderheit unseres Standortes besteht darin, dass man nach der 10. Klasse in unserem Hause auch die Abiturausbildung in Angriff nehmen kann und am beruflichen Gymnasium einsteigen kann. Nun wünsche ich viel Erfolg beim Erkunden unserer Einrichtung. Das ist unser Biologiefachbuch. Kommt rein! Das sind unsere selbstverwachte Zellen. Das ist die Vakuole. Das ist der Chlorida. Das ist der Mitochondium. Und das ist der Zellkern. Unser Tantoffeltierchen. Das ist die Nahrungsvakuose. Das sorgt dafür, dass das Essen verdaut wird. Das ist unsere kontraktive Vakuole. Das sorgt dafür, dass das überschüssige Wasser ausgeschlossen wird. Das sind die Mitochondium. Das sorgt dafür, dass das Tantoffeltierchen sich bewegen kann. Das ist die Nahrungsvakuose. Das ist die Nahrungsvakuose. Herzlich willkommen, liebe Gäste der Oberschule Falkenberg. Hier in unserer schönen Aula, wo viele Veranstaltungen stattfinden und wo viele AGs, wie zum Beispiel die AG Theater, die AG Eventmanagement und der Singekreis, proben fleißig für viele Veranstaltungen. Viel Spaß. Kommt mit. Und da geschehen. Ich hab's gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Und da geschehen. Ich war dabei. Ich musste einkaufen. Und nun sollen seine Geister? Er wird doch nicht. Auch nach meinem Willen leben. Ich wusste es. Seine Wort und Werke? Merk ich. Und der Frau? Na, das wird ja was. Und mit Geistesstärke? Geistesstärke? Tu ich Wunder auch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nun bin ich bereit, Schleschmann zieht auf, Halt es bis zu der Zeit von mir. Untertitelung. BR 2018